ja und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten folge von bono will ja wir verschwenden keine zeit und es wird sagen auf los geht's los und los ja wir werden jetzt entfernt von einem bildschirm schaltet sich gar nicht praktisch ich würde sagen wir fahren uns jetzt erst mal hier so ein bisschen holz wir haben halt noch 34 karotten die werde ich mal recht schnell verbraucht sein wenn die dann verbraucht sind ja dann müssen wir uns mal sehen dass man da schon ein bisschen was zu essen haben plan ist halt eben jetzt erst mal reststadt grundstück zu bauen alles was ich jetzt auf der moja city bett mache werde ich natürlich aufnehmen ich muss dazu sagen ich hätte hier immer mal ein afk rumlaufen und dadurch ein bisschen geld bekommen und halt auch den job wir haben momentan 100 juli und es kann halt sein dass ich wenn ich irgendwann in vielleicht zwölf folgen weiß nicht wie viel ich jetzt im vornhaus aufnehmen kommt ganz darauf an wie viel spaß es jetzt macht weiß ich nicht 5000 juli und auf einmal mehr habt das ist dann halt das was man über den job eingenommen haben weil wenn man den da mal eingerichtet haben und was man halt eben damit ist die folge vorbei als ich halt über spain afk laufen her habe ich würde sagen bis nächsten folge und tschö